Jo, Hallöchen! Wir sind zurück hier bei unseren Turtles. Wie ihr seht, ist natürlich dieser Wettkampf wieder mal vorbei. Wir holen uns jetzt erstmal unser Paket, checken natürlich ab, was wir da bekommen. Oh, ein DNS-Paket. Macht mal kurz die Augen zu, das muss ich auf jeden Fall erstmal knipsen. So, dann haben wir, wie ihr sagt, das DNS-Paket am Start. Wir werden das natürlich erstmal öffnen. Gucken hier natürlich rein, was gibt es hier vor uns. Also, wie ihr sagt, ich bin hier gespannt. Okay, StockmanFly fünfmal. Viermal Mutagenmann. Okay, KirbyBed haben wir auch viermal damit dazugekommen. Und dann MetalHero am Start. Von daher haben wir erstmal wieder mal alles richtig gemacht. Können natürlich erstmal das nächste Paket öffnen. Macht mal nochmal kurz die Augen. Ach, eigentlich doof, wir stößen nicht. Ich mache jetzt keinen Screenshot mehr. So, dann sammeln wir erstmal unser Gratis, unser Zufallspaket ein. Gucken hier natürlich rein. Okay, 90. Mutter gehen. Okay, ein paar Pizzen haben wir auch. Und Zack, kriegen wir auch gleich nochmal mit dazu. Von daher alles super. Alles schick. Dann schließen wir das natürlich. Und können hier natürlich gleich nochmal gucken, ob wir eventuell im nächsten Fight beziehungsweise im nächsten Wettkampf noch irgendwie was reißen können. Vorher würde ich sagen, werden wir hier erstmal unsere Belohnungen einlösen. gehen dann erstmal wieder hier in den Kampf und gucken, ob wir hier eventuell, wie ihr sagt, noch ein bisschen was reißen können. Also wie ihr sagt, ich bin natürlich gespannt, was wir hier so reißen können. Was geht hier? Okay, okay, okay. Was machen die denn? Ich würde sagen, wir haben hier einfach mal in den Fight. Gucken wir einfach mal, was so geht. Gucken wir uns hier erstmal an, was wir hier überhaupt machen können. Warum haben wir jetzt hier nur Vierer am Start? Fürchte den Food Clan. Warum haben wir hier nur Vierer? Das verstehe ich natürlich absolut nicht überhaupt. Ne. Hä? Wir haben da viel mehr Charaktere. Was sollen wir jetzt? Ich würde sagen, wir probieren es mit den Vieren einfach mal aus. Ich weiß jetzt zwar nicht so wirklich, was hier der, oder was hier das Problem ist, aus dem Grund, würde ich mal sagen, gehen wir hier erstmal nochmal zurück, gehen erstmal in unseren Kader und können hier erstmal gucken, was wir hier noch so machen können. Beispielsweise können wir uns den erstmal ansehen. Können den natürlich hier erstmal verbessern. 250, da investieren wir natürlich erstmal. Verbessern die Attacke. Auf Stufe Nummer 2 werden die natürlich auch erstmal verbessern. Hier dann erstmal nochmal raus. Suchen uns hier April erstmal aus. Werden die natürlich auch erstmal verbessern. Ich meine, wir haben hier auf jeden Fall genug Mut agen. Von daher können wir da auf jeden Fall erstmal Bambule machen. Und werden hier erstmal alles off-leveln, so weit wie es geht. Was haben wir hier noch? Was haben wir hier? Was haben wir hier? Was haben wir hier? Wo die einsteht, können wir natürlich eventuell nicht so viel machen, oder? Nee. Können wir das nur hier erhöhen. Gut, okay. Dann lassen wir das erstmal. Dann haben wir natürlich zwei neue Charaktere mit am Start. Den Müllmann und den Mutagenmann. Also von daher würde ich sagen, wenn wir den erstmal rekrutieren, haben den jetzt hier am Start. Ich denke, da haben wir alles richtig gemacht. Haben natürlich den nächsten coolen Charakter hier mit am Start. Können mit dem natürlich bald hoffentlich irgendwie noch ein bisschen Bambule machen. So, dann haben wir den Müllmann natürlich auch. Den werden wir natürlich auch erstmal rekrutieren. Und dann würde ich sagen, gucken wir natürlich, wie es weitergeht. So, wie ihr sagt, den haben wir auch. Dann würde ich sagen, schließen wir das hier erstmal wieder. Und können jetzt natürlich, wenn wir Bock drauf haben, erstmal nochmal in den Kampf gehen. Wir wissen dann natürlich noch nicht so wirklich in welchem Kampf. Aber was ich nicht verstehe, warum kann ich die nicht mit einsetzen? Also das leuchtet mir irgendwie nicht so richtig ein. So, was haben wir hier? Was haben wir hier? Was haben wir hier? Alter, sind das für eine Reihe? Sind das okay? Das Paket wäre natürlich auch eine Megasache. Aus dem Grund würde ich sagen, legen wir hier erstmal los. Gucken hier erstmal rein. Was können wir hier überhaupt machen? Die Bähnen brauchen wir erstmal gar nicht mitnehmen. Wie viel brauchen wir? Eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei, drei, vier. Ich würde sagen, das ist erstmal ja nicht so verkehrt. Nehmen wir den noch mit und gehen dann erstmal in den Kampf. Gucken natürlich, was so geht. Ich würde sagen, wir machen das doch erstmal ein bisschen schneller und lassen uns einfach mal überraschen, ob wir hier am Ende dann den Sieg nach Hause schaukeln oder eventuell auch nicht. Also wie ihr sagt, ich bin hier spannend. Lassen wir uns einfach, wie ihr sagt, überraschen und gucken, was hier am Ende bei rauskommt. Gut, okay, den ersten Charakter haben wir natürlich schon mal verloren. Das war mir aber eigentlich auch relativ klar, weil die Wahl, der ist natürlich erstmal auf Stufe Nummer 1. Aber ich wollte ihn, wie ihr sagt, erstmal mit in den Kampf nehmen. Das war mir natürlich wichtig. Alter, was kommt denn hier angeflattert? Alter, was ist denn das für ein Vieh? Der macht auf jeden Fall gut Action, aber ich glaube, eigentlich müssten wir das am Ende packen. Also ich denke schon, dass wir uns hier am Ende den Sieg holen. Also ich glaube, was soll hier passieren? Was will der Gegner hier machen? Klar, wir haben jetzt natürlich nur drei Charaktere, aber ich denke, mit den dreien werden wir hier am Ende auf alle Fälle den Sieg nach Hause holen. Also ich hoffe natürlich, dass es am Ende reicht. Also wie gesagt, aber erstmal sieht es relativ nice aus. Zwei Charaktere. Wir haben es überleben aus dem Grund. Haben wir den Sieg, wie gesagt, am Start. Alles super, alles schick. Siegreich waren wir. Da nehmen wir natürlich erstmal alles mit. Was wir mitnehmen können, haben das erstmal so weit erreicht und gucken erstmal, yo, der kommt erstmal in die nächste Stufe. Das war erstmal wichtig für uns, für den Charakter natürlich hoch. Und dann würde ich sagen, gehen wir gleich nochmal in den Kampf, suchen uns hier den nächsten Gegner auf 13. Da würde ich sagen, hauen wir auch erstmal ein paar krasse Typen mit hierin. Nehmen wir fünfe mit. Was sagt ihr? Oder lassen wir es mit? Viere. Ich würde sagen, April bleibt erstmal zu Hause. Dafür nehmen wir den noch mit. Und dann würde ich sagen, werden wir hier hinten den auf 1 noch mitnehmen. Und jeden erstmal in den Kampf suchen uns hier den nächsten Gegner. Checken hier natürlich ab, was zu jedem geht auf was packen oder nicht. Kann ich euch natürlich wieder mal nicht so wirklich versprechen, aber ich denke eigentlich, ich könnte oder kann hier nicht so wirklich was anbrennen. Also ich denke, das geht alles gut von starten und am Ende haben wir dann den Sieg in der Tasche. Also wie gesagt, ich hoffe es jedenfalls. Jetzt kommt der schon wieder angeflattert. Oh, der war auf jeden Fall wichtig, der Schlag. Also ich glaube, hier brennt Janosch an. Ich glaube, hier ist gleich Schicht im Schacht. Den Gegner machen wir auf jeden Fall jetzt gleich so gut wie platt. So sieht es aus. Jetzt greifen wir noch jeden mal an und dann ist alles soweit. Paletti, den Sieg haben wir. Besser jetzt wieder mal nicht laufen können für uns. Wir haben natürlich wieder mal extrem viele Pokale jetzt bekommen. 3000 bisschen, wenn mich nicht alle täuscht. Jetzt noch mal gucken. So, wie viel haben wir bekommen? 3244 sind jetzt bei 5000. Ein bisschen aus dem Grund. Können wir hier natürlich gucken, ob wir eventuell noch einen Kampf machen können. Oh, die sind auf 14. Das wird natürlich jetzt relativ schwer für uns, aber ich würde sagen, wollen wir einfach mit den dreien, mit den vieren, sorry. Wollen wir das einfach nochmal ausprobieren? Gucken, ob wir es packen. Wiss ich natürlich nicht, ob es am Ende reicht, aber ich denke, wir probieren es einfach aus. Gucken einfach mal, ob wir uns hier eventuell den nächsten Sieg nach Hause holen. aber ich glaube, es sieht erstmal relativ gut aus. So, dann haben wir natürlich die ersten schon mal weggeklatscht, sind jetzt in Welle Nr. 2 und müssen jetzt warten, wie stark der Gegner jetzt so ist, was er jetzt so macht, ob er uns angreift, ob er uns platt macht, aber ich glaube, eigentlich kann er nicht so wirklich was anbrennen, also ich denke, wir haben relativ gute Chancen, weil wir haben natürlich auch zwei Charaktere mit am Start, die natürlich einen diversen Klassenvorteil haben, von daher denke, holen wir uns hier am Ende auf alle Fälle den Sieg, haben eigentlich absolut gute Karten, dass wir hier durchkommen, haben es geschafft, von daher, alles super, alles schickt, der nächste Sieg ist am Start, wir gehen hier erstmal fortfahren, haben dann erstmal soweit alles erledigt, wie ihr sagt, können jetzt natürlich erstmal gucken, ob es jener verbessert, nee, nicht wirklich, kriegen hier aber erstmal wieder ein paar Punkte, sind jetzt bei 8.639, müssen jetzt natürlich noch warten, weil die, weil das Problem, was wir einfach mal haben, wir haben natürlich noch nicht genug Charaktere, dass wir hier nochmal in den Kampf gehen können, müssen hier erstmal, wie ihr sagt, ein bisschen abwarten, aber ich denke, das ist halb so wild, aus dem Grund würde ich sagen, checken wir hier auf jeden Fall, später nochmal die Lage, sind damit hier erstmal durch, könnten hier nochmal rengucken, was brauchen wir hier, wen können wir hier mit in den Kampf nehmen, also ihr seht schon, da können wir nur 4 mitnehmen, das ist natürlich nicht so cool, nicht so pralle, und dann würde ich sagen, checken wir den Wettkampf gleich nochmal, können wir hier was machen, ja, hier können wir auf jeden Fall auch nochmal Action machen, aus dem Grund würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Let's Play wieder, wir werden da erstmal die Lage checken und sind für heute auch erstmal wieder soweit durch, ich wünsche euch was, bis dann, tschüss!